Er ist stark und sexy. Ein Gott, wie er im Buche steht. Und obwohl er den Größen hat, benutzt er ihn sicher nicht zum Einladen. Der Räume hat diesen Namen, wo wir die Kraft Tors besitzen. Chris Hemsworth, Nathan Koppner. Aber nichts mehr kaputt haben. TOR. Freitag, 20.15 Uhr, Pro 7.